Er ist der Letzte seiner Art, der Letzte eines einst mächtigen Volkes. Manche glauben, er sei eine Legende. Manche halten ihn für den Auserwählten, der eine Welt des Krieges ins Gleichgewicht bringen wird. Doch einige schrecken vor nichts zurück, um ihn zu vernichten. Die Legende von Aang, Sommer 2010. Untertitelung des ZDF für funk, 2017